Also, falls Sie die Musik zu laut haben, liebe Zuschauer, wenn Sie Auto fahren, das kann böse ins Auge gehen. Bis zu 10.000 Mark kann das kosten. Böse ins Auge gehen kann es natürlich auch wie hier in diesem Fall, bei diesem Porsche, wenn der Bremspunkt zwar im Vorhinein super gut ausgemessen war, aber wenn das irgendein...